Die Innenstadt von Nordheim vom Turm der Sixtikirche ausgesehen. Die Städte im Landkreis Nordheim haben eine besondere Atmosphäre. Die Kreisstadt Nordheim beherbergt Tradition und Moderne. Alte Gassen wechseln sich mit neuzeitlichem ab. Das Theater der Nacht am Rande der Innenstadt bietet besondere Theatererlebnisse. Der große Freizeitsee auf der Nordheimer Seenplatte lädt zu verschieden. Verschiedenen Wassersportarten ein. Segeln, Surfen, Schwimmen. Alles ist möglich. Das Hallenbad in Nordheim ist das einzige mit 50 Meter Bahnen weit und breit. Viele Sportler kommen sogar von weit her, um dort zu trainieren.